und jetzt gucken wir uns mal die ameisenhöhlen an hui da sind ja wieder richtig viele unterwegs wo ist veronica? da gibt es nur eins drake oh oh um eine arzttasche die leere spritze werde ich wohl nicht brauchen ok da hat das vieh wohl ein legionär gefressen gleich schon wieder total überladen nein äh wo ist er den flammenwerfer kannst du wieder haben den will ich nicht münzschuss ne karotte nehmen wir wohl mit und da bin ich schon wieder zu schwer der safe gibt wohl nichts mehr her tja wohl oder übel jetzt lassen sie mich das schwere zeug tragen ja so ungefähr du bekommst jetzt nämlich den flammenbrennstoff erstmal von mir ja ok den desperado cowboy hut kann sie eigentlich auch mal aufziehen da stand ihr nämlich wirklich gut ja was was können wir ihr denn noch geben hm 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 vielleicht die knusprigen Eichhörnchen und so ein Lurkenei Ameisen-Nektar. Munition. Oh, da ist noch viel mehr Munition. Cowboy-Repeater-Sonderabzug. Oh, und schon wieder zu schwer. Ich habe einfach zu viel Plunder dabei. Und ein Companion zu wenig. Ruhige Hand, Reparatursatz. Die Pistole brauche ich nicht. Oh, gern genommen. Alien-Energiezellen. Neun Stück. Yeah. Kleinkalibergewehr. Bin entzückt. Und eine leere Mülltonne. Jetzt muss ich doch erst mal gucken, ob ich nicht irgendwelche Waffen reparieren kann. Tü-tü-dü. Neun Millimeter Submaschine-Gun reparieren. Mit der 10 Millimeter Maschinenpistole. Ja, komm, machen wir einfach mal. Modifizieren. Können wir sie nicht. Plastisch Sprengstoff. Dienstgewehr. Fernblas-Gausgewehr. Impuls-Mine. Laser-Pistole. Ich schleppe hier auch die Minigun mit mir rum. Plasma-Gewehr. Multi-Plast-Gewehr. Präzisions-Gewehr. Scharfschützen-Karabiner. Splitter-Granate. Sturm-Karabiner. Tristrahl-Laser-Gewehr. Auch keine Modifikationen möglich. Hilfsmittelchen. Futtern wir mal die Zuckerbomben. Das Fallobst. Wir sind immer noch viel zu schwer. Viel zu schwer. Können wir noch ein Bier trinken darauf. Das bringt uns aber auch nicht weiter. Tja, Veronika, wohl oder übel. Musst du mir jetzt noch irgendwie... Oh, sie hat nur noch einen. Jetzt lassen sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Mhm. Ein Kilo kann sie noch nehmen. Cowboy-Repeater-Sonderabzug. Er wiegt auch nichts. Ein-Balsamier-Flüssigkeit. Was auch immer man damit machen kann. Polo-Marken der Stählernen-Bruderschaft. Die leeren Spritzen. Leerer Brennstofftank. Den kannst du mal mitnehmen. Nachtpirscher-Blut. Ja. Aber wir sind immer noch viel zu schwer. Müssen wir erstmal was abladen hier. Wohl oder übel. Schauen wir mal. Ein Bier könnten wir noch gebrauchen. Müssen wir den Kram hier. Frische Karotte, frische Apfel. Hunde-Fleisch. Kojoten-Fleisch. So. So leid es mir tut. Pinienkerne, Plasma, Präzision, Psycho. Ruhige Hand. Salisbury Steak lassen wir auch mal hier. Splitter-Minen. Hm. Es sollte erstmal reichen. Jetzt können wir uns wieder einigermaßen bewegen hier. Oh. Was haben wir denn da? Ein Korken. Und da sind noch mehr. Und da sind wahrscheinlich. Und nicht nur wahrscheinlich. Ähm. Hör auf zu zucken. Hör auf zu zucken. Königin der Riesenarme. Kritischen Angriff. Ein rechtes Bein verkrüppelt. Ich hab' ich doch glatt daneben geballert. Was haben wir denn sonst noch? Oh. Nehmen wir mal... ...diese Waffe hier. Problem erkannt. Problem erkannt. Problem gebannt. Ich glaub' mit sieben Schuss komme ich hier nicht mehr so weit. Da hab' ich noch neun. Ich würde sagen... Wo geht's denn da hin? Spratz! Spratz! Wo bist du denn? Lassen wir Ronika in Ruhe Die werden ja immer größer, die mutierten Viecher hier Na, was haben wir denn da noch? Ein Ameisengelege Patronen Die ist total intakt Was haben wir hier noch? Durchschnittlich verschlossen Hunting Rifle 5mm Wer es braucht Ich jedenfalls nicht Oh Ein Ameisenei Brauchen wir nicht Da fliegt noch was Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier gleich wieder auskommen Ist ja nicht sehr einladend Hier die Ecke Mujave 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 Das ist ja eigentlich direkt mal nachlegen Äh, nachlegen Bierchen Fump Jetzt sollte ich nicht mehr dehydriert sein Und der Hunger sollte jetzt auch weg sein Ich muss glaube ich mal Äh, ein bisschen Plunder verticken gehen Irgendwo muss da noch so ein Vieh sein Da hinten Da hinten Für die Bruderschaft Ich weiß zwar nicht worauf du geschossen hast Aber du hast getroffen Oh Der kommt ja wie gerufen Dem können wir jetzt wohl erstmal ein bisschen Plunder verscherbeln Würde ich sagen Bevor wir hier wieder zu schwer sind Na komm Putt, 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 putt Wir sollten uns dann nochmal durch die leeren Flaschen arbeiten Söldnerin Hallo Reisender Händler Ich würde gerne ihre Waren sehen Klar Hier ist mein Sortiment Hast du ein bisschen Kohle auf Tasche Hat er So Dann gucken wir mal Was wir ihm denn hier so mal ein bisschen Verscherbeln können RNKs Alle Alle Patronen Munition Cat-Eye Cowboy Repetierer Ich weiß nicht, ob das nicht die Waffe ist, die ich verwende Dann könnten wir da Den modifizieren Merkwürdig Dienstgewehr 5,56 Gegengift Nee Sonst nichts, was wir hier noch Ja, Heilpulver Die Schoten Hydra behalte ich mal Die Hülsen Da kriege ich eh nichts für Impulsmine Jalapino Schoten Alle Jet Kannst du auch ein paar haben Kaliber 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 20 Behalte ich mal Lasergewehr Komm, kannst du haben Die leeren Spritzen Die Narus Ne, die verwende ich immer Kaliber 20 Müsste eigentlich Die Minigun 1600 Irgendwas Naja Pinienkerne Schlösser heute Schmutziges Wasser Dann können wir eben auch den Scotch vermachen Dann verkaufen wir eben noch die Minen Stramme, stramme, Sturmkarabiner Super ist der Pack Das Vorkriegsgeld Kann er auch mal haben Obwohl es nichts liegt Alexander Wurzeln Da gibt er kein Geld für aus Akzeptieren wir das mal Sehr schön Und Hatten wir hier schon Alles durchsucht Scheinbar wohl Kakteen Keine Peoples Trotzdem sollten wir jetzt Erst mal Nach Novak Zurückkehren Um da mal Ein bisschen Klamotten abzuladen Novak So viel zu Fallout Für heute Und ich hoffe Ihr hattet genauso viel Spaß Wie ich Auf der linken Seite Oben findet ihr Die komplette Playlist Mit allen Videos Links unten Gelangt ihr zu den Videos Von meinem Minecraft Server Klickt auf den Gasmaskenmann Um meinen Kanal zu abonnieren Und nutzt die Tools Unter dem Video Um es zu teilen Kommentieren Oder favorisieren Mach's gut Das ist es um die Und Das ist es um die Und Und Ja